Musik 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 Das Thema der Situation in der Ukraine beschäftigt. Die Außenminister haben uns davon berichtet, dass sich das Treffen der europäischen Außenminister geeinigt hat. Auf erste Sanktionen im Bereich von Visa-Verboten und dem Einfrieren. Die Außenministerin im Bereich von Visa-Verboten und dem Einfrieren. Die Außenministerin im Bereich von Visa-Verboten und dem Einfrieren. Die Außenministerin im Bereich von Visa-Verboten und dem Einfrieren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 in which we are involved. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020